Was geht ab, ihr Zocker? Sagen wir mal, kennt ihr das auch? Ihr zockt ein Game und ihr habt auch Bock drauf, aber es läuft irgendwie weird. Ja, bei mir war das jetzt letztens der Fall. Ich habe gerade Star Wars gezockt, möchte ich nur mal betonen. Und, hm, ja. Ich würde mal sagen, wir springen direkt rüber ins Gameplay und ihr seht dann, was ich so meine. Junge, ist denn das nicht ein bisschen zu warm? Gute Kombo, das fängt ja richtig gut an. Ja, rückt mal vor. Ne, du, keineswegs. Wo ist mein Partner jetzt? Mein Partner denkt sich so, ich spiele dich mit. Was machst du da? Get over here! Mein Partner pennt einfach, alles klar. Ja, nehm ich mal in acht, guck mal. Ein paar Sekunden später. Ah, das gibt's nicht. Komm mal her. Iiiiih! Oh, das war ein bisschen viel. Einer weg. Na, das würde ich auch sagen. Nope. Huah! Huah! Fuck! Beide besiegt, Mann! Was ist das? Was ist das für ein Teammate? Ohne Scheiß, ist der kacken gegangen oder was? Na dann, legen wir mal los. Komm, Tryhard. Das machst du mal alle beide fertig. Oh, den Blitz, den ich eingefangen hab. Und tschüss! Komm, wir werden Blitze uns nix anhaben können. Oh, ich hab einen Blitz. Huah! 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 Ich liebe Meister Yoda. Und tschüss! Ich komme schon zu dir, Bruder. Keine Sorge. Und weg! So, wen haben wir denn jetzt noch? No! Ray, muss ich jetzt echt den Schützen spielen? Ich spiele Star Wars Duel in the game. Ich will keinen Schützen. Geh weg. Ey, komm, Tryhard. Weg! Leck mich am Arsch! Ah! Komm, wir nehmen mal Han Solo. Mit dem langen Trenchcoat, Junge. Und wie kann ich das noch? Ach, du Scheiße! Was stimmt denn mit euch? Oh Gott. Man sieht, ich spiele keinen Blaster in den oft. Na dann. Herzlichen Glückwunsch. Hey, Tryhard. Nicht schlecht. Ja! Komm, halte doch mal an der Tür! Oh Gott. Das hat ihm nicht gefallen. Bye, have a great time. Ey, nein! Wo wegst du dich denn hin? Das ist dein Ernst? Oh Gott. Wo ist denn da, Fschnecke? Oh, jetzt Superblaster. Ah, irgendwann geht dir die Abwehr aus und dann habe ich dich. Kein guter Nicht-Jedi. Ja. 3-0 für den Anfang. Ist doch mal gar nicht so schlecht. Ja, endlich die Bösen. Direkt mal Vader nehmen, Junge. Ja, ist doch gut, ey. Man könnte ja meinen, du hast Atemprobleme. Was ist denn? Ist das jetzt dein Ernst? Den Boma fett. Ich hoffe, der ist ein guter Schütze. Prinzessin Leia, Alter. Luke und Leia. Das ist ja fast ein Family-Treffen. Ja, eigentlich muss Prinzessin Leia ja der Erste sein, den wir uns holen, ne? Oh ja, der ist doch Power-Doping. Oh, hat das weh getan? Ich hoffe doch. Ha, 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 ha. Mein Plan ist aufgegangen. Los, Boba Fett. Wir sind die Bösen. Was willst du mit deiner dummen Luftattacke hier? Hm? Ich nehm dir gleich die Luft weg, Luke. Komm her. Und tschüss. Oh man, ich liebe Darth Vader. Ich liebe ihn einfach. Wie schön. Ich steh aber nicht auf Typen. Ey, will der mich trollen? Will der mich ernsthaft trollen? Der spielt mit einer Kugel. Willst du mich trollen? Was ist denn heute los? Ich will eigentlich spannende Duelle machen. Das ist eigentlich mehr Funny Moments, ey. Oh fuck. Nicht besiegen können. Oh tschüss. Oh nein, ich hatte die böse Kugel besiegt. Na komm. Ey, was zum. Oh tschüss. Kennst du das noch? Kam von dem Film. Aua. Oh nein, er hat den Unlockbar. Er hat mich besiegt. Mist. Gegner für mich. Das nennst du eine diplomatische Lösung. Ich spüre deine Hand. Ja, schöne Sprüchefeuerwerk. Oh, Lichtschwertwurf. Und dann haben wir den weiteren Kampf. Und eine schöne Doppelattacke. Ja, okay. Er ist flink. Der macht einfach das Licht aus. Gegner für mich. Oh, ist das gut, Eddie? Lässt dir das gefallen? Flieg weg. Boah, 100% Disrespect. Geil. Oh, feier ich. Bye, have a great time. Kann man so machen. Partner of Balancing des Teams. Gott, das wird doch nie im Leben gebalanced, Junge. Oh, den Meister Yoda schon im Würgegriff. Oh, was denn? Ei, ei, ei. Ei, ei. Übertreib mal dich hier. Ich helfe dir, Kanzler. Aber warum bin ich so schmutzig? Ja, gut so, Obi. Komm, Knobi-Peperoni. Jetzt haust du ab, oder was? Ich bin hier der... Eine Ewigkeit später. Oh. So, ich wäre schon ab. Ich habe sie. Oder auch nicht. Ich habe den Thermal-Detailator. Komm her, Tochter. Du hast Hausarrest. Gut gemacht. Schock ihn weiter. Los, los, los. Gut gemacht. Alter Mann. Wir sind nämlich böse. Das war jetzt unsere dunkle Schock-Choke-Kombo. Ja, okay. Wer sagt das lieber mit den Namen? BTF, Alter. Wer spielt denn das behaarte Achselhaar-Monster? Dein Ernst? Ah, fuck. Du wirst hier beeindruckt mit deiner komischen... Wow. Wir sind böse. Wir greifen dich auch mit mehreren an. Ja, ich auch nicht. Komm her. So, weg damit. Ach, jetzt kommt wieder ein Solo. Komm, ich bringe dich mal hoch. Das ist scheiße, wenn die Ulti nichts bringt, ne? Komm her. Wen würdest du eigentlich beeindrucken? Mit deiner dummen Blaster-Technik. Warum rennen die alle weg? Was ist denn... Oh, ich hab heute echt... Kein Glück. Oh Gott. Wen würdest du hier... Was machst du da? Übungen oder was? Mit deinem Wasserballett. Komm her. Au. Au. Jetzt reicht's mir aber langer mit dir. Was? Was spammt der denn hier? Jungs, gut gemacht. Nur weil wir böse sind. Oh, oh, oh. Das musst du dir gar nicht einfallen lassen. Ha. Ha, Ray. Da musst du doch ein bisschen mehr lernen. Nur weil du in Star Wars 7, 8 und 9 dazugekommen bist. Ich bin schon etwas länger dabei. Ich helfe dir. Komm. Gut gemacht. Mach sie fertig. Gut gemacht. Ich liebe meine Untergebenen. Jetzt holen wir uns erstmal mal eine Machtdoping. Wen willst du hier? Komm her. Mach ihn fertig. Komm. Mach weiter so. Alter, wo kamst du denn jetzt her? Wieder. Gott. Was? Der ist da durchgekommen. 22 zu 0, Alter. 22 zu 0. Und die haben alle ein höheres Gesamtlevel als wir. Und da sagt man immer Skill-Based Matchmaking. Wie viel? Der Iron Wolf ist 961. Alles klar. Der hat gar kein Leben. Ohne Scheiß. Ja, irgendwie war es so richtig weird für mich. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und wenn dir das Video gefallen hat, kannst du es gerne liken, teilen. Und man kennt die ganze YouTuber-Sache. Ich sag jetzt nochmal Tschüss. Bis dann. Und hab noch viel Spaß beim Zocken. Tschüss. 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 Tschüss.